Sabhasana, die Versammlungsstellung, eine andere Bezeichnung für Padmasana, der Lotus. Sanatani zeigt, wie es geht. Von der sitzenden Stellung ausgehend, bring den einen Fuß auf den gegenüberliegenden Oberschenkel und den anderen Fuß auf den einen Oberschenkel. Sitze gerade, gib zum Beispiel die Hände auf die Knie oder Oberschenkel, mit Handflächen nach oben, zum Beispiel im Chin-Mudra. Sabha heißt wörtlich Versammlung und Versammlungshalle, Asana heißt Stellung. Sabhasana könnte bezeichnet werden als die Stellung, die man in einer Versammlung einnimmt. Man könnte annehmen, dass als die Siddhas die großen Meister sich getroffen haben, um über etwas zu beraten, haben sie sich hingesetzt im Lotus-Sitz, haben sich innerlich gesammelt und auf diese Weise innerlich Kraft angesammelt. Eine andere Möglichkeit ist auch Sabha, ist auch Königshof und auch Gerichtshof, Versammlungshalle. Und wenn du so stehst, in einem Lotus sitzt, am Lotus bist du aufgerichtet, mutig, souverän und kannst deine Sache gut vertreten. Mehr Infos zu dieser und allen anderen Haltungen, Sitzhaltungen, Asanas auf wiki.yoga-vidya.de Vermutlich größte Enzyklopädie im deutschsprachigen Raum zu Yoga, Meditation und Ayurveda.